Ja, nun kann es der Mama zeigen. Sind die gleich bei der Mama daheim, okay? Oder ein Papa, genau. Wie heißt mein Papa? Mein Haustür sollt auch rausbauen. Ein Chef. Mein alter Mama ist mit meinem Chef. Ich nenne es gleich, wenn ich etwas bleibe. Und der Chef ist so bleibend. Das ist der, der, der gesagt hat, ich soll hier eine Boppel und die Bank. Und das werden wir mal beginnen. Das heißt, das ist so toll. Dieser Ausbilder, wie ich ausbilden, ist man so leibend. Und deswegen habe ich jetzt die Sackbeet. So geil. Aufpassen. Ja, weil jetzt ist die Papierkarte. Ja. Das ist das, was ich war nicht. Wie war nicht. Aber das ist das, was ich war nicht. Das ist das, was ich weiß nicht. Nein. Die Schleinander. Die Schleimung. Das sind die Schleimung. Wie ist das? Ja! Die Schleimung. Ja, die Schleimung. Das ist das, was ich jetzt. Und das ist lecker! Komm jetzt rein! Die letzte Maschine machen die Worte, dann kommen wir an. Dann machen wir die Worte. Wo ist Worte? Und da ist die Worte. Das passt. 28 A. Genau. Nudeln ist es. Aber das ist jetzt nicht mehr. Das ist der Worte. Ich habe richtig gebraucht. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Jetzt sind wir direkt draußen. Ja, gleich. Eine Station.